hallo ich wollte nur sagen hallo und willkommen zurück so hallo und willkommen zurück zu sieben tage sieben köpfe nein wir sind nur vier köpfe heute denn der dir kommt etwas später aber der joint uns auch noch und wie ihr seht ja dankt die helden von g portal der game ist ja 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 anti helden denn ja ich fange mal vorne an also gamers factory schließt ende des monats seine toren aufgrund dessen waren wir gezwungen quasi noch umzuziehen und dieses umziehen hat leider die folge gehabt dass wir nach g portal gewechselt sind jetzt gehören zur gleichen firma und so weiter wir hatten uns versprochen dass sie problemlos den server von a nach b wechseln würden de facto ja de facto war es ein leeres versprechen und deswegen sind wir hier wieder bei null ja das heißt wir müssen wieder von vorne anfangen haben im server wieder also jemand bestimmtes aus unserem kreise hat den server wieder von neuen aufgesetzt war das so gut und ja ich weiß es nicht derjenige will nicht derjenige möchte nicht dass man seinen namen nennt das ist ein geheimnis ja das ist ein top secret sind sie jetzt die verfügte einladung an ich habe doch und deswegen fangen wir jetzt noch mal von vorne an tut mir leid leute aber wir sind de facto wirklich nicht schuld naja auf der anderen seite es gibt glaube ich schon noch ist dieser stein ich brauche einen stein noch recht wenn du diesen feld da kannst du dir die sammeln was ja ich habe ja wo es ein riesen feld ist das ein bisschen scheiße das heißt merkwürdigerweise sind jetzt mehr tiere auf der karte das ist kein stein wo ist ein stein ach da drüben jetzt sehe ich einen steinhaufen da drüben also ob das so gut ist oder nicht es wird sich herausstellen weil es sind sehr viele wölfe genau also es sind sowohl gute als auch böse tiere ich glaube man möchte einfach dass man ein bisschen mehr also sozusagen die gewichtung auf das survival ein bisschen mehr legen manchmal habe ich das gefühl die hören mir zu ich weiß auch nicht warum ja die entwickler weil das ist das ist so irgendwie die sachen die ich so in den letzten folgen so gesagt habe naja ist egal jedenfalls wer weiß wer weiß jedenfalls genau äh plus einen stift wieso plus einen stift ja ich habe gerade unten der anzeige ab plus einen stift stift ich weiß nicht wieso einen stift hilft gleich tagebuch eintrag genau also plus ein stift ja eigentlich also den stein zu kloppen ist übrigens eine scheiß idee für die steine zu fasseln du musst mal so zu erwähnen zu haben guck mal guck mal hier kriegst du vier steine ich hab doch schon ja kriegst noch vier ja nehm nicht die steine rollen weg tschüss steine so naja jetzt verklopfe ich den erstmal richtig hier wie es sich gehört ja ähm der mattes hat so schön vorgeschlagen dass wir diesmal direkt in die in das sägewerk umziehen ja ja und also jetzt doch genau und von daher die frage an alle seite damit alle verstanden dürfen wir ja nicht fragen okay stefan wie sieht es bei dir aus ist auch okay für dich okay also wir ziehen dann in unsere neue heimat quasi direkt von vornherein in das sägewerk ja dann auf zum sägewerk ja ich bin jetzt gerade noch hier stein und verkloppen aber du kannst gerne schon mal vorgehen dann brauchst du dich zu suchen kann ich nicht der wegzuführen ist ganz einfach ja eigentlich schon ne du bist ja gleich wie vorher auch nur nochmal neu gestartet am händler vorbei links nicht rechts rechts händler vom händler echt ich dachte es wäre links gewesen das ist gut das erwähnt habe jetzt gerade ich versorge mich gerade schon mal mit stein und holz schon wieder ein wolf können kotzen die wölfe fressen sehr 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 viele pfeile ich glaube ich habe in einen wolf 20 pfeil reingeholt okay das klingt spannend die kommt jetzt wieder runter hat mir nur ein eis gebracht ja ich habe auch ein eis bekommen habe ich habe es schnell gegessen damit ich jetzt nicht schon wieder ganz am mikrofon schmatze das also schmatzen nein ich mag sie nicht okay wenn sie das behauptet er kann sich schon ein bisschen üben der war nicht so gut nicht verstanden aber dann habe ich es gescheckt das hat auf jeden Fall funktioniert dass ich alles zurückgesetzt habe so ach so Entschuldigung was denn äh siehst du gleich was ist jetzt stimmt die Uhrzeit ach ja stimmt hat man ja vergessen aber eben noch bei 19 Uhr schon haben wir eben so schön noch drüber geredet so von wegen ja Zeit zurücksetzen sobald sobald alle online sind und dann so um ihr stimmt da war noch was ne macht ja nichts ne eben da können wir jetzt alles schön innerhalb vom spiel steuern genau hat ja auch keiner gemerkt jetzt ist hier noch so ein fetter bär nicht genug dass zombies hier sind muss ich mich jetzt angesprochen fühlen wenn sie von fetten bären spricht und wenn du ein fetter bär bist dann ja da ein oder andere behauptet das er alle ja ihr habt mir das gesagt nein nein ein schwuler kumpel von mir mit dem ich ja leider nicht mehr persönlichen kontakt habe der nannte mich früher immer ich wäre sein bär ich weiß nicht ob er mir damit was mitteilen wollte ich sag ja ich weiß es nicht weiter ich kann nicht essen und gleichzeitig steuern ja und wenn man meint warum ich es schnell vorher gemacht habe es ist zu kalt normalerweise könnte ich das ja machen aber es ist zu kalt ja immerhin zwei pfeile kann ich machen macht ihr warme gedanken so jetzt nur ein holzrahmen bauen papa ja 24 pfeile ich gebe dir mal ein bisschen pfeiler ja danke ich habe keine fehlungen bis jetzt gefühlt habe ich ja alles klar ich habe schon sieben guck das die ein bisschen aufteilt nein ja das behalte ich alle für mich machte ich schon fast tot ja eben ich hab ja eben schon gekämpft ich habe eben schon gekämpft noch mal feile wie die so dann gucken wir mal wo der rest ist vom fest sägewerk dann machen wir auf die richtung wegewerk in dem letzten schalte das waren wir technisch nicht viel gesehen was sagtest du pyrotechnisch da habe ich ja noch so schön gesagt am anfang habe ich ganz viele tiere gesehen dann später gar nichts mehr aber jetzt kann sie nicht mehr retten hier ja sie ist also jetzt gerade sehe ich wieder keine ahnung vielleicht haben die auch nur was gegen mich wer hat nicht was gegen dich danke das war jetzt hier logen das weiß ich fühlte sich aber trotzdem gut an ich war auch nicht gelogen danke ich habe eine zweier axt ich glaube einfach mal weiter in richtung von mattes dann werde ich wohl das ziel finden ich bin so gut wie da sind es wieder die holzfäller drin ja klar die holzfäller müssen vorher noch killen ja dann warte lieber auf uns weiter waren vier und wie viele feile hast du 150 ok das reicht ich habe ich hasse diesen verzerrungseffekt ja bei mir hat er immer diesen verzerrungseffekt weiß wenn sie schnell dreh ist dass du dann die kamera sich so verzerrt hat musst du nur gucken dass du deine bewegung bewegung und schärfen glaube ich heißt das wo ist ein netz der scheiß netz ich habe doch eben lässt hier gesehen man ja da ist es doch das geil 12 federn gefunden doch was denn das tisch klebt jetzt was denn so machen ich meine so oder so dass wir die erstmal sichern ist klar aber soll man auch so machen dass wir schon mal lagerboxen und so weiter bauen und dann anfangen guten zu gehen damit immer das gleich vernünftig weg weg kramen können wenn wir zurückkommen so was das angeht habe ich auch was mit reingemacht an mod und zwar wer diese sortieren mod das alles einzeln in die kiste sortieren sondern dann kannst du es über ein button machen dann geht ja alle die sachen die dort drin sind schon direkt automatisch weg fahrt ein bisschen zeit das ist wohl war was noch hilfe und dann lässt mich den ganzen weg weit laufen nur für dann zu hören nein ich brauchte doch gar keine hilfe danke ja halt die schnauze da hat er mich doch beim vorbeilaufen getroffen dafür würde ich eher wahr sein warum läuft er auch auf den zu ich bin extra rum herum gelaufen ja weil ich dachte der trifft mich nicht natürlich trifft er dich ja natürlich bin denn sonst ich bin ja 100 meter entfernt also irgendwie so ein garantie ding weißt du keinen trifft dann um mich garantiert garantiert ich habe nägel gefunden auf mein tisch klemmt jetzt oh mutter gefunden wasser essen gefunden genau schon mal kristen themen und so einen sammeln sammeln naja du mich auch naja du mich auch ich kann das auch alleine was denn aber einfach zugucken waren nur zu leben ja das wäre erledigt diese kleinen terrasse der schluss war gar nicht gesehen ich kann auch direkt das holz hier weghacken ich finde diese rampe auch als zugang gar nicht so schlecht die kann man auch gut schützen nicht aber im prinzip aber die treppe und diese kleine platform hier an der seite weg hauen dann ist der einzigste zugang hier wie diese rampe aber keine funktionierende werkbank hier mehr das ist ein bisschen schadet stimmt ja ich würde auch sagen also ich würde die ganzen defekten werkbänke alle weg bauen und dann da wirklich so eine arbeitsecke machen mit ein lagerkisten mit allen werkbänken chemiestationen allem drum dran und quasi den wohnraum dann hier unten theoretisch kann man hier noch mal eine trennwand einziehen die zerstörten werkbänke können wir ja auch weg machen mit der rente ist natürlich besser einfach wieder als ordentlich ressourcen rauskriegen eisenbacher und das anders haben wir zurzeit noch nicht ja aber wenn man so lange noch bestehen eben würde ich auch sagen denkt das hier noch hier auf seite stört ja auch die zerstörten Vielen Dank. Oh, ist Mittag. Theoretisch kann man ja dann wirklich hingehen und hier vielleicht auch nochmal Zimmer einziehen. Jungen Mädchenzimmer von vornherein. Ja, hier oben will ich alles an der Bergbank und das alles hier oben hin bauen. Ja, 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 da oben auf jeden Fall der Arbeitsraum, das sehe ich auch so. Hier unten müssen wir auf jeden Fall noch eine Wand einziehen. Dann die Frage, ob wir jetzt hier auf dem Podest die ganzen Kisten einfach hinbauen. Ja, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Also du meinst jetzt da auf den gegenüberliegenden Podest, ne? Ja. Ja, wenn du jetzt hier oben drauf bist, ne? Ja. Ich meine, es ist auf der Seite. Ja, ich denke, es ist besser, wenn man das wirklich hier dann zwischen den Schmelzöfen dann alles platziert, ne? Ja, wir könnten hier Kisten hinstellen. Ja, ja. Aber dann eher so für die allgemeinen Materialien, ne? Ja, ich wollte hier unten dann hier eine Mauer einsetzen. Genau da, wo die Träger sind. Ja, jetzt holst du nicht hier die Mitte die Pfosten weg, weil sonst ist... Ne, ich setze erst die Mauer ein. Ja, klar. Ne, ne, ich setze erst die Mauer ein. Und dann nehme ich die weg. Boah, was hier zwischen der Mauer hochbauen oder was? Ja. Ja. Die Stützen müssten bleiben, oder zumindest... Ja, doch, die in der Mitte müssen bleiben. Meinst du nicht, wenn da... Die Decke kann hier runterkommen. Glaubst du nicht, dass wenn ich jetzt hier rechts und links Mauern einsetzen, dass das dann trägt? Ah, schwierig. Machbar bestimmt. Also, dass die nicht komplett alleine trägt, ist klar, dafür ist sie zu breit. Aber wenn man rechts und links Mauern eingesetzt hat, sollte es eigentlich tragen. Also, hier hinten haben wir jetzt zumindest auch gleich mal Wasser. Das ist ja auch schon mal ganz traubbar. Alles gut, ja. Ja, hier um der Ecke ist direkt ein Fluss. Oder so ein See. Ihr habt da unten wieder Spaß. Schön. Ohne mich. Ich verstehe schon. Also, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, aber wir haben diese Lockspikes, haben wir auch, ne? Wieder mit drin. Mhm. Das habe ich gesehen. Also, die könnte man ja hier auf diesem Vorraum, könnte man auf jeden Fall mit diesen Lockspikes hier schon mal auslegen, ne? Wieso? Ich würde das hier oben alles so nur zu machen und dann unten einfach die Verteidigung hin? Nur unten? Ja, kann man auch. Klar. Das Podest hier kann eigentlich weg. Oder man lässt es. Das ist, äh, muss man gucken. Also, das Podest hier links meinst du? Ne, ich würde sagen, das nimmt man weg. Das sehe ich auch so. Sodass der einzigste Zugang nur über diese Rampe hier ist. Erstmal brauchen wir Kissen, um den ganzen Loot wegzuräumen. Richtig. Ziemlich dicht dran, haben wir ja auch gleich ein Fly vorkommen. Also, vorkommen sind, glaube ich, einige hier rundherum müssten eigentlich. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt die Kisten da oben auf die Ecke da? Ja. Ja, für den Loot auf jeden Fall. Das sehe ich halt sinnvoll. Man kann ja dann immer noch zwischen den ganzen anderen Dingern da sitzen. Ja, da würde ich... Ich habe die Kisten für die Rohstoffe und für die Baumaterialien, die würde ich da setzen. Aber für den normalen Loot würde ich auf der Empore machen. Erstmal kannst du ja hier alles reinräumen. Absolut. Ne, bin ich bei dir. Ja. Dann kann man es aussortieren. Ja. Dann kann man es aussortieren. Oh, ich habe kein Holz mehr. Ich kann mal Holz hacken. Hier liegt ja genug Rohholz hier draußen. Ja. 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 Also man kriegt eindeutig weniger Holz, wenn man hackt. Ja. 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 Supi. Also das ganze Haus ist auf jeden Fall da mit drin. Ja. 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 Dann sage ich schon mal, Leute, danke fürs Zuschauen bei dieser ersten Folge. Wie ihr seht, es geht schon wieder zügig voran. Und ja, schaltet einfach morgen wieder ein. Denn dann gibt es die nächste Folge von, ja, sieben Tage, vier Köpfe. Ich wollte schon sieben Köpfe wieder sagen. Sieben Tage, vier Köpfe in seven days. Bis dann. Tschüss.